ja also mir geht es gut mir geht es super wenn man denkt was die woche wieder so alles passiert ist wo ich auch mit selbst der verantwortung habe aber ich freue mich schon auf meinen abschluss und dann werde ich wenn nichts anderes dazwischen kommt in fürd also nürnberg und dann vorhin auch fürd zu meinem bruder werde ich dir auf jeden fall die woche genießen ich habe ja manche wissen die schon bin immer gespannt was sonst noch so kommt die zeit auf jeden fall werde ich das genießen die woche bloß denn eine doch die saison auf jeden fall euch noch ein schönes wochenende und ade aus witzhausen